Hallo, wir befinden uns gerade am vierten Tag des Stark am Start Projektes und kurz vor der zweiten Aufführung, weshalb ich auch bereits das Bühnen-Make-up trage. Gleich können die Workshops zeigen, was sie in den letzten Tagen so alles erreicht haben. Beispielsweise der Schauspiel-Workshop, der damit beschäftigt war, selbstentwickelte Szenen einzustudieren oder sich mit den Grundlagen des Schauspiels zu beschäftigen, die Tanzwerkstatt, die ebenfalls Tänze selbst entwickelt hat oder sich an Improvisationen geübt hat, die Band bzw. der Percussion-Workshop, der Melodien und Rhythmen einstudiert hat, teilweise sogar mit Alltagsgegenständen statt Musikinstrumenten und natürlich Streetdance, welche sich mit Kampf- und Tanzchoreografien auseinandergesetzt haben und die Gang darstellen. Das alles ist aber nur ein kleiner Teil der vergangenen Tage und was eigentlich alles so genau passiert ist, seht ihr in dem gleich folgenden Film. Vielen Dank! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018